Wir machen den ganzen Service drumherum, also ich sage immer so ein bisschen Hund-um-sorglos-Paket, weil wir den kompletten Kundenservice machen, Zahlungsmanagement, Content-Management, IT, alles was irgendwie drumherum ist, sodass auch wirklich jeder Händler mitmachen kann. Also wirklich jeder Einzelhändler mit einem stationären Sportgeschäft kann bei uns mitmachen. Grundvoraussetzung ist eine gängige Warenwirtschaft, ein PC- und Internetanschluss. Willkommen bei den Agile Heroes. Gut, dann herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Agile Heroes Podcasts und Videopodcasts mit Valeska Benner. Ich werde Valeska kurz vorstellen, aber du wirst dich sicherlich auch selber nochmal kurz vorstellen. Ja, Valeska ist die Gründerin von Sportmarken24. Was Sportmarken24 ist, da kommen wir gleich noch drauf. Valeska ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist leidenschaftliche Skifahrerin und auch ausgebildete Fitnesstrainerin, was vielleicht auch zu deinem Gründungsthema schon hinführt. Herzlich willkommen, liebe Valeska, schön, dass du heute hier bist in den Agile Studios in Frankfurt, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute mal ein bisschen über deine Gründergeschichte und natürlich auch über das Thema Agilität reden und über deine Erfolgsrezepte, Erfolgsgeheimnisse. Ja, liebe Valeska, du bist ja die Gründerin von Sportmarken24. Kannst du für diejenigen, die Sportmarken24 noch nicht kennen, ein bisschen was über euer Geschäftsmodell gehen? Also was war so die Geschichte, wie kam es dazu und was macht ihr da genau? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, hier zu sein und freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ja, Sportmarken24, wie der Name schon ein bisschen verrät anhand der 24, sind wir ein E-Commerce-Startup. Allerdings kein gewöhnliches E-Commerce-Startup, sondern das Besondere daran ist, dass wir kein eigenes Warenlager haben. Das heißt, ich sehe uns eigentlich fast mehr immer wie ein Dienstleister. Wir haben angebundene Händler, das sind unsere Partner. Das sind inzwischen über 300 in Deutschland, die bei uns mitmachen. Das heißt, die sind bei uns angeschlossen. Deren Warenbestände haben wir bei uns im System und spielen das an verschiedenste Plattformen und Marktplätze, inklusive unserem eigenen Shop aus. Generieren dort Bestellungen, verkaufen das, teilen das dann wieder über einen Algorithmus, über das System den einzelnen Händlern zu, die das dann picken, packen und über eben einen Versanddienstleister ausliefern. Wir machen den ganzen Service drumherum. Also ich sage immer so ein bisschen Hund-um-sorglos-Paket, weil wir den kompletten Kundenservice machen, Zahlungsmanagement, Content-Management, IT, alles was irgendwie drumherum ist, sodass auch wirklich jeder Händler mitmachen kann. Also wirklich jeder Einzelhändler mit einem stationären Sportgeschäft kann bei uns mitmachen. Grundvoraussetzung ist eine gängige Warenwirtschaft, ein PC- und Internetanschluss. Und das haben natürlich die meisten, also ist die Eintrittshürde da sehr, sehr gering gehalten. Und wir versuchen dadurch, ja, den stationären Handel digitaler zu machen und E-Commerce fähig, eben mit sehr, sehr geringem Aufwand und Risiko für den einzelnen Händler. Okay. Und wie kam es zu dieser Geschäftsidee? Also wie lange gibt es euch schon und wie kam es zu der Idee? Also Sportmarken24 gibt es jetzt ungefähr seit gut zwei Jahren. Und das Geschäftsmodell gibt es auch schon von Schule24. Wir sind jetzt schon sechs, sieben Jahre am Markt, also nochmal ein ganzes Stück länger und machen das Gleiche, wie der Name verrät, für Schuhhändler. Damit hat das Ganze gestartet. Sehr gut funktioniert, sehr erfolgreich, sodass dann eben die Frage aufkam, okay, das muss auch für andere Branchen gehen. Ich muss dazu sagen, Schule24 wurde von meinem Mann gegründet, der Schuhgeschäfte von seinen Eltern geerbt hat. Okay. So war sozusagen die Anfangsgeschichte. Und ja, als dann die Frage aufkam, okay, nächste Branche, wie, was machen wir das? Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich war damals noch Unternehmensberaterin, habe das zehn Jahre lang gemacht und habe dann gesagt, okay, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit. So eine kommt nicht so oft, dass man sagt, man hat da ein Geschäftsmodell, von dem man überzeugt ist und so eine Chance, eine neue Branche aufzubauen. Genau, weil man auch wusste, das ist Proof of Concept in einer anderen Branche zwar, hat aber schon funktioniert. Also man glaubt an das Modell und muss es jetzt adaptieren natürlich. Und es gibt nie eine Garantie, dass was funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also man hat da wirklich gute Startchancen. Und ja, diese Chance habe ich dann auch ergriffen. Ich habe tatsächlich dann meinen Unternehmensberaterjob gekündigt. Das war eben vor gut zwei Jahren. Und dann Sportmarken24 gegründet, gemeinsam mit auch einem Sporthändler. der fünf Sportgeschäfte im Rhein-Main-Gebiet hat, um da auch eben immer noch mit die Industrieexpertise zu haben. Weil ich komme ja ursprünglich nicht aus der Sportbranche, aus der Einzelhandelsbranche. Deswegen ist es da ganz wichtig, auch immer nochmal gerade für den Start diesen Stallgeruch zu haben und da nah dran zu sein an der Branche. Und wie kommt ihr an eure Händler, an eure Kunden dran? Kommen die selber auf euch zu? Also wahrscheinlich, wir sind jetzt ja, jetzt wo wir hier drehen, gerade schon fast post-Corona. Aber ich denke, viele Einzelhändler werden noch stärkere Umsatzeinbrüche gehabt haben. Wahrscheinlich schon viele davor. Also du kennst die Branche wahrscheinlich auch über deinen Mann dann am besten. Also wie kommt man an die Partner? Und sind die offen für das Thema sozusagen? Ja, also sowohl als auch, es gibt natürlich sehr viele Sporthändler und auch da logischerweise gibt es solche und solche wie überall. Und ja, man muss sagen, klar, ich glaube entscheidend war es sozusagen, die ersten Händler mal zu bekommen, den Aufbau zu machen. Und dann war ganz, ganz viel, das beste Instrument nach wie vor ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn wir einen guten Job mit unseren jetzigen Händlern, mit unseren Partnern machen, mit denen gut zusammenarbeiten, die zufrieden sind, dann sagen die das weiter ihren Kollegen. Und die kommen dann auch auf uns zu und wollen sozusagen bei uns mitmachen, worüber uns wir natürlich immer freuen. Das ist mir immer das Liebste, wenn wir empfohlen werden. Das ist dann auch wirklich immer gleich der einfachste und beste Einstieg. Ansonsten machen wir auch PR-Arbeit, also sprich insbesondere in Fachmagazinen, Sportzeitschriften, Textilwirtschaft, dass wir da eben, ja, dass ich Interviews gebe, dass wir da Beiträge schreiben, um da eben gesend zu sein, auf uns aufmerksam zu machen, dass uns die Händler überhaupt erst mal kennen und dann eben, ja, auf uns zukommen und mehr erfahren wollen. Okay, interessant. Und meine Frage ist jetzt, eure Partner sind ja der Einzelhandel. Ihr seid ja Vertriebskanal für den Einzelhandel. Wie siehst du denn die weitere Entwicklung des Einzelhandels? Also ihr seid der Vertriebskanal, ihr helft vielen. Wachsen die dadurch besser oder schaffen die das Überleben? Also wie ist so dein Blick auf den Einzelhandel und eure Rolle auch in diesem ganzen Markt? Ihr seid ja ein ergänzender Teil dafür sozusagen. Absolut. Also wir sehen uns auch als wirklich Partner des stationären Handels. Klar, das große Thema ist E-Commerce, aber auch darüber hinaus bieten wir noch andere Sachen an, einfach um Partner des Einzelhandels zu sein, um den Einzelhandel zu stärken. Weil absolut richtig, nicht erst seit Corona, dadurch noch vermehrt, aber auch schon davor die Jahre, hat der Einzelhandel es ja nicht einfach. Also so Sachen wie, ja, Innenstädte sterben aus, Rückgang sozusagen in der Kundenfrequenz und damit auch im Umsatz sind ja überall zu lesen und sind auch Tatsache, so geht es vielen Händlern. Und die Möglichkeit eben neben dem stationären Geschäft, was immer der Fokus des Einzelhändlers bleiben soll, darauf soll er sich fokussieren, da einen guten Job machen, aber eben noch einen zweiten Stand beim Ergänzen im Online zu haben, ohne großen Aufwand, ohne großes Risiko und damit auch wegbrechende Umsätze gegebenenfalls im stationären Geschäft auffangen zu können. Das sehe ich eigentlich als unsere sozusagen Rolle und Aufgabe und darüber hinaus halt einfach auch ein Partner zu sein für den Einzelhandel und ihn zu stärken und ihm bei Themen zu helfen, weil sich jeder ja nicht um alles kümmern kann. Okay, hast du uns so ein paar Sachen, also wie groß seid ihr jetzt, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie stark wachst ihr? Also seit zwei Jahren, das ist ja noch relativ jung. Hast du uns da so ein paar, also jetzt nicht Umsatz, aber wie groß seid ihr, was ist so der Ausblick? Also wir haben jetzt aktuell so um die 300 Geschäfte, die mitmachen, an Händlern, die sozusagen bei uns angebunden sind, Sportgeschäfte. Wir haben so um die zehn Mitarbeiter, die mitmachen, ja und einen zweistelligen Millionenbetrag Umsatz pro Jahr. Okay, ist ja schon beträchtlich innerhalb von zwei Jahren. Absolut, also ich muss auch sagen, das ist, wir sind da gut gewachsen, sind auch sehr zufrieden und das ist nicht einfach natürlich in so kurzer Zeit so schnell zu wachsen und haben natürlich auch noch einen gewissen Wachstumspfad und Ziel vor uns, wo wir wirklich jeden Tag eben kämpfen, das zu erreichen. Aber klar, das ist kein Selbstläufer in dem Sinne, da muss man schon hart dafür arbeiten, ja. Hat dafür, was ist so euer Erfolgsgeheimnis? Also was, du hast ja vorher ein bisschen erwähnt, ihr seid halt Partner des Einzelhands, müsst einen tollen Service leisten, was glaubst du ist euer Erfolgsgeheimnis? Oder ist es einfach ein Markt oder es war eine Nische, die hat keiner besetzt, da kamen wir und dann haben sich alle gefreut. Was ist so das Erfolgsgeheimnis? Das, glaube ich, ist eine Kombination aus allem. Klar brauche ich irgendwo einen Markt, das hilft nichts, wenn ich so toll bin und ein super Produkt habe, aber es keinen Markt dafür gibt. Also ich glaube, Markt muss gegeben sein, das war gegeben und ist nach wie vor oder jetzt sogar noch stärker als vor zwei Jahren gegeben durch die aktuellen Geschehnisse mit Corona und so weiter. Also das ist Grundeinsvoraussetzung, aber nur der Markt allein reicht halt nicht aus. Also ich glaube, man muss eben auch, und da kommen wir ein bisschen zu eurem Thema, agil sein und pragmatisch sein und so verstehen wir uns auch und so agieren wir auch. Also wirklich als Partner des Händlers, ich kenne auch alle Händler und telefoniere regelmäßig mit denen und bin da sehr nah dran und wenn es irgendwo Probleme gibt oder irgendwo wir sehen, Prozesse laufen nicht so oder wir sind jetzt sozusagen aus was rausgewachsen, dann müssen wir Prozesse optimieren, anders aufstellen, dann machen wir das immer sehr zügig und pragmatisch und versuchen auch damit sozusagen sehr schnell dann rauszugehen und nicht ewig zu tüfteln, den 100% perfekt zu machen, weil dann passiert das nie oder in fünf Jahren und das hilft uns nicht, sondern wir brauchen halt jetzt eine Lösung. Und ich glaube, das haben wir natürlich auch einen Vorteil als Startup, weil wir nicht diese festen Strukturen haben, diese Genehmigungsprozesse, was es alles in Großkonzernen gibt, sondern wir können einfach machen. Und ich glaube, das ist sehr vorteilhaft, gerade im E-Commerce-Geschäft, weil da Geschwindigkeit zählt. Das heißt, wenn man irgendwo eine Marktlücke oder ein Problem oder irgendwas sieht, dann muss man schnell sein. Klar muss man dann auch eine gute Lösung finden, aber fast noch entscheidender ist eben wirklich schnell zu sein und dann kann man das im Laufe optimieren und kontinuierlich verbessern. Okay. Und das hast du ja auch in deiner Karriere als Berater gelernt, schnell zu optimieren. Das war ja auch Teil des Jobs. Mich interessiert, da war ich ja auch einen ähnlichen Weg gegangen, bin jahrelang beraten. Da sagt mir anderen, wie sie es gut machen können, als man selber in der Verantwortung. Was sind so deine Key-Learnings aus zwei Jahren, Gründerin selbst in der Verantwortung zu sein? Ich habe das auch immer so gesagt, wenn man viele Jahre anderen erzählt, wie sie es richtig machen, ist das das eine, wenn man dann einerseits natürlich die Chance hat, es selber richtig zu machen, aber natürlich auch in der anderen Verantwortung ist. Hast du da so Key-Learnings aus den ersten zwei Jahren, Gründung oder so Tipps, die du mitgeben könntest? Ja, also Learnings auf jeden Fall einiges ist schon, ich sage immer, eine andere Welt eigentlich. Also ich sage immer manchmal so Spaß, als habe ich in meinem früheren Leben, wenn ich von meiner Beraterzeit rede, an die ich übrigens noch sehr gerne zurückdenke. Also ich habe den Job gerne gemacht, auch bis zuletzt und finde das auch einen tollen Job, da einen Einblick in viele Unternehmen zu gewähren, denen zu helfen und da eben auch Prozesse zu optimieren. Aber auch natürlich die sozusagen Gründung, das Unternehmertum ist auch eine tolle Welt. Aber was ganz anderes. Also wirklich in jeder Hinsicht. Gerade am Anfang natürlich ist es nicht so schillernd und glamourös, wie das vielleicht von außen aussieht oder wie sich das manche vorstellt und wie es die Beraterwelt zum Teil auch ist. Sondern das ist wirklich Hands-on-Arbeit. Also am Anfang, ich war Mitarbeiter Nummer eins. Und einziger Mitarbeiter ohne IT, ohne Finance, ohne sonst was. Das heißt, man macht alles. Alles in einem, ja. Genau. Und das kann natürlich schon auch mal anstrengend sein und da gehören auch Aufgaben dazu, die man vielleicht nicht so gern macht oder die man bisher nicht gemacht hat. Aber es hilft nichts. Es muss gemacht werden. Man muss sich wirklich um alles kümmern und da reinarbeiten. Deswegen ist das schon natürlich was ganz anderes. Und ja, was für mich jetzt auch nochmal wichtig ist, bei manchen Entscheidungen sehe ich erst mit einem gewissen Versatz, also doch für mich als Beraterin, ein relativ langer zeitlicher Versatz, ob die Entscheidung gut war oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, in irgendeinen Kanal oder Markt zu investieren oder irgendwas zu machen, dann sehe ich ja nicht sofort, war das gut oder nicht. Sondern ich brauche ein paar Monate mindestens, wenn nicht sogar bis zu einem Jahr, um da wirklich ein Fazit, schon mal ein erstes Fazit ziehen zu können. Und das ist schon eine neue Erfahrung und zeigt aber auch, man braucht da eigentlich einen langen Atem, Durchhaltewillen und muss kämpfen, ja. Okay, verstehe. Nach welchen Kriterien wählst du Mitarbeiter aus? Also in der Beratung hatten wir vielleicht andere Ansprüche oder das wäre vielleicht auch eine Frage. Also wie wählst du jetzt Mitarbeiter aus für dich und dein Unternehmen? Was sind ja dann deine? Und du weißt, mit denen arbeite ich jeden Tag und bei zehn Mitarbeitern sieht man die auch jeden Tag. Absolut, ja. Und du weißt, wenn die gut sind, verdiene ich Geld. Wenn nicht, dann zahle ich wahrscheinlich, wofür und kriege keinen Mehrwert. Oder das bringt ja nichts. Nee, absolut richtig. Also Mitarbeiter sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil man ist zwar Mitarbeiter eins, aber merkt dann ziemlich schnell, wenn es wächst, man kann nicht alles selber machen. Das heißt, entsprechend muss man Aufgaben abgeben und dafür braucht man Mitarbeiter und auch gute Mitarbeiter, um zu wissen, die Aufgaben sind in guten Händen und es wird sich gekümmert. Und ja, ich muss sagen, auch jetzt gerade in der aktuellen Marktlage, Mitarbeiter zu finden, ist nicht schwer. Gute Mitarbeiter zu finden, ist sehr schwer. Also das ist wirklich, merkt man schon. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, auch jetzt gerade nochmal im Vergleich zur Beratung, wir zahlen natürlich andere Gehälter und es ist ein anderes Umfeld und sprechen dann natürlich auch ganz andere Leute an und das muss man natürlich auch immer in Relationen irgendwie setzen. Und für mich ist es einfach entscheidend immer, dass die, also ich sage immer, Startup hat Vor- und Nachteile und jeder muss für sich wissen, ist es das Richtige für mich. Das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es ist einfach, ja, eine gewisse Art und Weise, wie man arbeitet, wie die Sachen laufen und entweder man mag das und passt da rein oder eben nicht. Und ich versuche immer, Leute zu finden, die sich damit identifizieren können. Also sprich, ich mag Mitarbeiter, ich will, dass mein Team sich mit dem Unternehmen identifiziert, sich als Teil davon fühlt und auch entsprechend agiert. Als wäre es das eigene und sich da auch einbringt, Themen vorantreibt, wenn irgendwo Fehler auffallen, versuche, den Prozess zu optimieren, die sozusagen Wurzel des Fehlers zu finden und da wirklich sich auch verantwortlich fühlt. Ich glaube, das ist, egal jetzt in welchen Rollen und Aufgaben, gibt es ja die unterschiedlichsten, ist für mich eigentlich so mit der wichtigste Faktor, dass ich weiß, jemand fühlt sich verantwortlich und kümmert sich und macht nicht nur seinen Job 9 to 5, kriegt dafür Geld und fertig, sondern er fühlt sich wirklich verantwortlich und als Teil des Ganzen. Okay, verstehe ich. Wenn du mal weiterdenkst, euch gibt es jetzt seit zwei Jahren, wahrscheinlich ist der Gedanke, dass das Unternehmen noch lange besteht, wo siehst du denn euch so in fünf Jahren? Ja, fünf Jahre ist natürlich jetzt im Verhältnis, wie lange es uns gibt, eine lange Zeit. Ja, ja, genau. Mehr als doppelt so lange. Das ist ein langer Horizont. Aber wir möchten natürlich weiter wachsen und da wirklich dann auch die Plattform für, ja, ich würde es mal sagen, den stationären Handel sein, neben Sport auch weitere Branchen da aufbauen, wo wir gerade dabei sind, die nächste Branche anzugehen. Und auch tatsächlich noch mal das ein oder andere Thema über E-Commerce hinaus anbieten. Das wird immer unser Fokus und unser Kerngeschäft sein und das, wofür wir stehen. Aber im Grundsatz, wenn man es einfach zusammenfassen würde, würde ich es als Partner des stationären Handelns nennen. Also als der Partner des stationären Handelns. Okay. Das ist doch ein hehres Ziel. Habt ihr Wettbewerber? Gibt es andere, die nachziehen? Oder wart ihr die Ersten sozusagen? Ja, also das ist immer schwierig. Ich glaube, jemand, der es exakt so macht wie wir, gibt es nicht. Ja. Es gibt aber natürlich vergleichbare. Und was jetzt speziell bei unserem Geschäftsmodell auch eine, ja, ich weiß nicht, witzige Situation ist, vielleicht der falsche Ausdruck oder eine ungewöhnliche Situation ist, dass wir zum Teil Partner und Wettbewerber in einem haben. Also ich mache mal so ein Beispiel About You. Wir verkaufen auf About You. Die sind sozusagen unser Partner, einer unserer Vertriebskanäle. Aber zugleich sind es natürlich irgendwo auch Wettbewerber, weil natürlich am Schluss, wenn man sozusagen um den Endkonsumenten wirbt, ist ja die Frage, kauft er auf Sportmarken24, also unserem eigenen Shop, oder kauft er About You, was zwar auch bei uns am Schluss dann landet, aber natürlich nochmal was anderes ist, wie wenn er bei uns im eigenen Shop kauft. Und solche Situationen haben wir natürlich mit ganz vielen Vertriebskanälen und Partnern. Und das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber am Schluss, ja, man gewöhnt sich dran und wichtig ist, glaube ich, da ein kooperatives Zusammenarbeiten und dass halt alle Seiten davon profitieren. Und dann kann man auch mit so einer Situation umgehen, wo jemand sozusagen Partner und Wettbewerber in einem ist, ja. Okay, naja, das ist ja ein Markt oder ein Mitbewerber. Man bewegt sich immer am Markt und kooperiert ja und konkurriert gleichzeitig. Genau, ja, ja. Jetzt liest man auch immer ganz oft natürlich, Corona trifft auch ganz stark die Start-up-Welt. Also ich habe das in der Studie gesehen gestern oder gelesen, 70 Prozent der Start-ups ringen mit der Existenz, haben Angst, dass sie die Hilfe nicht bekommen. Viele sind ja sehr, sehr, ja, defizitär und kreditfinanziert und noch nicht auf einem Growth Pass. Inwiefern hat euch Corona getroffen oder welche Effekte habt ihr gemerkt? Ja, ich muss sagen, bei uns war es genau andersrum. Ja. Also wir haben tatsächlich von Corona profitiert, da wir ja, und zwar in eigentlich zweifacher Hinsicht, zum einen haben wir natürlich enorm viele neue Händler und Geschäfte dazubekommen, weil, klar, der stationäre Handel, die Geschäfte mussten ja geschlossen werden im Lockdown, das heißt, es gab für die keine Vertriebsmöglichkeit, außer online. Und da sind wir natürlich eine tolle Möglichkeit, sehr schnell, und wir haben da tatsächlich in diesem Zuge dann ja eine Schnellanbindung innerhalb von drei Tagen. Also die Neukunden waren in drei Tagen laufweg geworden. Absolut, jemand sagt, ich will mitmachen, drei Tage später verkauft den ersten Artikel. Und das schafft man sonst nirgends. Und das war natürlich für die Händler gerade in dieser Phase sehr, sehr wichtig. Wie komme ich jetzt schnell an weitere Vertriebskanäle trotz meines geschlossenen Geschäftes? Und deswegen haben wir natürlich sehr viele neue Partner dazubekommen. Und auf der anderen Seite haben wir auch natürlich deutlich mehr Umsatz gemacht, weil ja auch die Endkonsumenten konnten nicht mehr stationär kaufen. Das heißt, gerade, das war ja um so Ostern rum diese Zeit, da ging es viel auch um Inlineskates für die Kinder oder die Fitnessstudios waren geschlossen, also irgendwelche Langhantelstangen und Yogamatten und was man da nicht alles verkauft hat. Ja, das ist also eigentlich ganz natürlich, wenn man drüber nachdenkt, haben wir natürlich dann in hohen Stückzahlen verkauft. Also in Summe, kann man sagen, haben wir davon profitiert, ja. Toll. Also ein Gewinner der Krise sozusagen. Das ist doch schön. Ich habe auch gelesen im Hansbad, dass ihr euren Partnern geholfen habt. In der Krise, das würde mich noch interessieren. Ja, genau, das ist richtig. Also wir haben zum einen eben diese Schnellanbindung da etabliert, um dann wirklich auch neue Händler schnell ranzubringen und schnell Umsatz für die zu generieren. Und auf der anderen Seite haben wir für bestehende Händler ein zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt. Weil, da komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorhin schon sagte, wir verstehen uns als Partner des Einzelhandels, des stationären Handels. Das heißt, wir haben nichts davon, wenn die am Schluss bankrott gehen, Insolvenz anmelden müssen, weil sie eben nicht durch die Krise kommen. Und der Einzelhandel ist natürlich stark betroffen von den Schließungen und der Corona-Thematik. Und wir wollen ja gemeinsam mit dem Einzelhandel wachsen und den stärken. Deswegen haben wir dann schon sehr früh, eigentlich wirklich direkt am Anfang von dieser Pandemie, überlegt, was können wir machen, wie können wir die Einzelhändler unterstützen. Und sind dann eben auf das Thema sehr schnell gekommen. Liquidität ist jetzt King, ist sozusagen das, was man benötigt, was den Einzelhändlern fehlt. Und ja, wir sind da relativ gut aufgestellt. Und deswegen haben wir dann eben auch tatsächlich da unseren Einzelhändlern, unseren Partnern eben die Möglichkeit gegeben, bei uns ein zinsloses Darlehen aufzunehmen. Wurde das auch in Anspruch genommen? Ja, also es wurde in Anspruch genommen. Aber es ist auch nochmal interessant, ich habe dazu auch sehr viele Gespräche dann geführt. Für viele war es einfach auch nur wichtig zu wissen, da ist was. Und ich kann da drauf zurückgreifen. Das haben auch welche in Anspruch genommen. Die Zahl war jetzt zum Glück nicht ganz so hoch. Da haben wir ja auch nichts dagegen, wenn das jetzt nicht überstravaziert wird. Aber die, die diesen Anspruch genommen haben, da war wieder das Gleiche. Die haben mir das, das war ein einseitiger Vertrag, ganz pragmatisch unterschrieben. Am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto. Und das habe ich ja auch bei den ganzen staatlichen Hilfen, die es so gibt. Es ist ja ein Mordsprozess. Ich brauche ewig, bis ich das Geld habe. Und in solchen Fällen muss es ja schnell gehen. Und das ist genau unsere Stärke. Und das, glaube ich, hat den Händlern auch sehr geholfen zu wissen. Und viele haben überlegt, nehme ich es, nehme ich nicht. Und ich habe gesagt, überlegen, wenn es wirklich fällig wird, nach einem Tag sagt ihr, und ihr habt das Geld. Und ich glaube, das verstehe ich auch, hat vielen nochmal geholfen, ruhig zu schlafen. Und auch zu wissen, ich sage jetzt und morgen habe ich es. Das ist einfach, gibt nochmal Sicherheit. Und ein paar haben es dann auch tatsächlich in Anspruch genommen. Okay. Ja, das ist natürlich oft eine Basis für langfristige Zusammenarbeit. Das werden die euch ewig danken, wahrscheinlich auch einfach zu wissen, ruhig zu schlafen, ohne es in Anspruch genommen zu haben. Ja, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an dich persönlich als Unternehmerin. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen unter Nebengründen? Was wäre dein Tipp, deine Empfehler? Was würdest du ihnen mitgeben? Ja, jeder ist natürlich anders. Du musst wissen sozusagen, was er will. Aber ich glaube, zum einen ist wichtig, realistische Erwartungen. Also das ist Hands-on-Arbeit. Das ist Kämpfen. Da hat man auch mal Aufgaben oder Probleme, die nicht so toll und schillernd sind. Dessen muss man sich bewusst sein. Es geht auch nicht von 0 auf 100, sondern ich muss das aufbauen. Und das Zweite ist dann einfach machen. Also ich glaube, bei allem, klar muss man schon evaluieren und überlegen, aber dann irgendwann mal muss ich auch sagen, okay, jetzt ist gut und jetzt mache ich und jetzt setze ich einfach um, weil sonst passiert nie was. Und das ist ja das Entscheidende im Unternehmertum, was schon ein bisschen im Namen liegt. Also tun, einfach machen. Das tun. Okay. Vielen Dank, Gleisga, für diesen Tipp. Schön, dass du heute hier warst. Danke für diese vielen Eindrücke in die Start-up-Welt und auch, wie ihr die Krise durchstanden habt oder natürlich auch anderen geholfen habt, durch die Krise zu kommen und natürlich perspektivisch ein toller Teil im Wirtschaftsgefüge seid, dass die Einzelhändler und die Innenstädte möglichst lange noch belebt werden oder bleiben. Danke dir, dass du hier warst und natürlich euch noch weiterhin viel Erfolg mit Sportmarken24. Vielen Dank. Danke dir, Roman. Danke. 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 Danke.